Es kann sein, dass dein Leben manchmal hart ist. Es kann sein, dass deine Bemühungen und Aufopferungen nicht geschätzt werden. Vielleicht hast du Umstände, die es dir schwer machen, Gutes zu tun. Die es dir schwer machen, dich an Allah zu halten. Vielleicht bekommst du nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie deine Freundinnen, weil du den Hijab trägst. Oder du hast Freunde, die dafür gelobt werden, dass sie Haram gemacht haben. Und du bekommst nichts, obwohl du dich an Allah hältst und Gutes tust. Oder du hast viel Arbeit und findest trotzdem die Zeit, zum Masjid zu gehen und für Allah subhanahu wa ta'ala Zeit zu opfern. Aber deine Anstrengungen werden von niemandem wertgeschätzt. Selten hört man Dinge wie, MashaAllah, obwohl er den ganzen Tag gearbeitet hat, ist er abends in der Moschee. Der Mensch ist ein soziales Wesen und es ist normal, dass er Wertschätzung erfahren möchte. Es ist normal, dass er respektiert und beachtet werden möchte. Doch gerade die Anstrengung, die man um Allahs Willen unternimmt, wird oft nicht wertgeschätzt. Wohin ging die Anstrengung, die man um der Menschen Willen unternimmt, häufig Anerkennung genießt. Der Mensch braucht Anerkennung, um daraus Kraft zu schöpfen und weiterhin gute Taten zu verrichten. Er findet Bestätigung in dieser Wertschätzung und fühlt sich gut. Allah, der Erhabene, berichtet uns im Koran von einer Gemeinschaft, die das ultimative Opfer für Allah subhanahu wa ta'ala erbracht hat. Eine Gemeinschaft, die für ihren Glauben bei lebendigem Leib verbrannt wurde, während ihre Peiniger am Rande einer Feuergrube saßen und dabei zugesehen haben. Sie waren ein Volk, das für ihren Glauben nicht nur keine Wertschätzung erfahren hat. Nein, sie wurden dafür sogar verachtet. Ibn Kathir, Rahimullah, führt in seinem Tafsir die Geschichte dieses Volkes an. Es begann alles damit, dass ein Junge in der Zauberkunst unterrichtet werden sollte. Der König hatte einen Zauberer, der ihm sagte, Ich bin alt geworden und meine Zeit ist fast gekommen. Deswegen schicke mir einen Jungen, damit ich ihm das Zaubern lehre. Da schickte der König einen Jungen zum Zauberer und jedes Mal, wenn der Junge zum Zauberer ging, setzte er sich zu einem Mönch, der auf seinem Weg lag und sprach mit ihm und glaubte an das, was er sagte. Eines Tages, nachdem der Junge sich bereits oft mit dem Mönch getroffen hatte, versperrte ein großes und unheimliches Wesen den Weg zum Zauberer. Und die Menschen trauten sich nicht, daran vorbeizugehen. Da traf der Junge eine Entscheidung. Er nahm einen Stein und sagte, Oh Allah, wenn dir die Taten und Handlungen des Mönches lieber sind als die des Zauberers, dann töte dieses Wesen, sodass die Leute diesen Weg überqueren können. Er warf den Stein und das Wesen starb. Zu den Aufgaben des Jungen gehörten die Behandlungen von Blinden und von Leuten, die an anderen Krankheiten litten. Ein Bote des Königs, der vor kurzem erblindet war, hörte von dem Jungen und so ging er zu ihm. Der Bote brachte viele Geschenke und sagte dem Jungen, All diese Geschenke sind für dich, wenn du mich heilen kannst. Da antwortete der Junge, ich heile niemanden. Es ist einzig und allein Allah, der die Leute heilt. So wenn du an Allah glaubst und ihn anfließt, wird er dich heilen. Da glaubte der Bote an Allah und wurde geheilt. Später ging der Bote zurück an seinen gewöhnlichen Platz und der König fragte ihn, Wer hat dir dein Augenlicht zurückgegeben? Der Bote erwiderte, mein Herr. Der König fragte, ich? Der Bote antwortete, nein. Mein Herr und dein Herr, Allah. Der König wurde zornig darüber und folterte den Boten, bis er ihm von dem Jungen berichtete. Der König befragte auch den Jungen und sagte zu ihm, Oh Junge, hat deine Magie ein solches Maß erreicht, dass du Blindheit, Leber und andere Krankheiten heilen kannst? Der Junge sagte, ich heile niemanden, nur Allah heilt. Der König fragte, ich? Der Junge sagte, nein. Der König fragte wiederum, hast du andere Götter neben mir? Der Junge antwortete, mein Herr und dein Herr ist Allah. So folterte er den Jungen, bis er ihm von dem Mönch erzählte. Der Mönch wurde nun zum König gebracht und der König sagte ihm, Verlasse deinen Glauben. Doch der Mönch weigerte sich. Da ließ der König eine Säge an seinem Kopf ansetzen und der Mönch wurde in zwei geteilt. Auch der Junge wurde aufgefordert, sein Glauben zu verlassen. Doch auch er weigerte sich. Dann befahl der König seinen Soldaten, steigt mit ihm den Berg hinauf, bis ihr seine Spitze erreicht. Dann schaut, ob er seinen Glauben verlässt. Wenn er es nicht tut, werft ihn hinunter. Als sie auf der Spitze angekommen waren, sagte der Junge, Ja Allah, rette mich vor ihnen, wie auch immer du möchtest. Da bebte der Berg und die Soldaten stürzten hinunter und der Junge ging zurück zum König. Der König fragte, was haben deine Gefährten gemacht? Der Junge antwortete, Allah hat mich vor ihnen gerettet. Dann befahl der König, den Jungen aufs Meer zu bringen und sagte zu den Soldaten, Wenn er von seinen Glauben ablässt, gut. Aber wenn er dabei bleibt, ertränkt ihn. Als sie draußen auf dem Meer waren, sagte der Junge, Ja Allah, rette mich vor ihnen, wie auch immer du möchtest. So ertranken die Soldaten im Meer, subhanallah. Zweimal versuchte der König, den Jungen zu töten, doch er schaffte es nicht. Und der Junge kehrte wieder zurück zum König. Der König fragte erneut, was haben deine Gefährten gemacht? Der Junge antwortete erneut, Allah hat mich vor ihnen gerettet. Und dann fügte er hinzu, du wirst nicht in der Lage sein, mich zu töten, bis du das tust, was ich dir befehle. Und wenn du tust, was ich dir befehle, wirst du mich töten können. Der König fragte, und was ist der Befehl? Nun eröffnete sich für den Jungen die Gelegenheit, die Menschen zu Allah zu rufen. Er sagte, versammle die Leute auf einem erhöhten Platz und binde mich an einem Baumstamm fest. Dann nimm einen Pfeil aus meinem Köcher und sage, im Namen Allahs, dem Herrn dieses Jungen, wenn du dies tust, wirst du mich töten können. Der König tat dies, sodass alle Menschen es sehen konnten. Er traf den Jungen und er starb. Da sagten die Menschen, wir glauben an den Herren dieses Jungen. Dem König wurde gesagt, siehst du, es ist das passiert, was du befürchtet hast. Ich schwöre bei Allah, all diese Menschen sind gläubig geworden. Der König befahl, dass Gräben an den Straßen ausgehoben werden und es sollte Feuer darin angezündet werden. Dann sagte der König, wer seinen Glauben aufgibt, den lasst es gehen. Und wer dabei bleibt, den werft ins Feuer. Die Menschen kämpften in dem Feuer gegeneinander und stießen sich hin und her. Da kam eine Frau, die ihr Kind stillte und es erschien so, als würde sie zögern, sich ins Feuer fallen zu lassen. Da sagte der Säugling zu ihr, sei standhaft, Mutter, denn du folgst ja der Wahrheit. Die Ungläubigen dieses Volkes schauten dabei zu, wie diejenigen, die glaubten, der Tyrannei des Königs ausgesetzt waren. Sie waren die Leute des Grabens und diese Gläubigen hatten niemanden, dem sie ihr Leid klagen konnten und keinen, der ihnen ihr Opfer anrechnen würde. Diese Geschichte ist der Hintergrund zu den Worten Allahs. Dem Tod geweiht seien die Leute des Grabens, des Feuers mit seinem Brennstoff, wenn sie darin sitzen und bezeugen, was sie den Gläubigen angetan haben. Und nichts anderes lässt sie ihnen grollen, als dass sie an Allah glauben, den Mächtigen, der des Lobes würdig ist, den die Herrschaft der Himmel und der Erde gehören. Doch Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter und Allah ist Zeuge über alle Dinge. Allah subhanahu wa ta'ala ist Zeuge darüber, was den Gläubigen angetan wurde und wird, ob in China, Burma oder Palästina, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihr Zeuge sein. Er subhanahu wa ta'ala wird ihre Opfer nicht umsonst gewesen sein lassen. Auch wenn unsere Opfer nicht immer mit ihren Opfern vergleichbar sind, sieht Allah subhanahu wa ta'ala durch jede Schwierigkeit, die wir für ihn durchleben. Er subhanahu wa ta'ala ist der Zeuge darüber, was wir alles in Kauf genommen haben und wird uns dafür die Anerkennung geben, nach der wir uns sehnen. Deshalb halte an den guten Dingen fest und rufe zum Guten auf, selbst wenn man dich auslacht. Allah subhanahu wa ta'ala wird deine Mühe schätzen. Soh, escuch